Hey, mein Name ist Somit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzernen bis Hyper-Growth-Silicon-Valley-Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business-Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minimal Empires. Drei Monate ist es her oder so. Folge 63. Ja, hier kehrt langsam wieder Normalität ein, babymäßig. Und es gibt ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Einige Themen, aber dieses Thema habe ich gedacht, mache ich mal endlich wieder eine Folge zu. Und zwar geht es um den Founder-Return. Also wir als Gründer gründen eine Firma in der Hoffnung, natürlich, also nicht ausschließlich, aber irgendwann soll da natürlich ein gewisser monetärer Return da sein. Und dafür gibt es verschiedene Arten, wie das passieren kann. Manche davon offensichtlicher als die anderen. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, die man vielleicht machen will und die man nicht machen will. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen mit den verschiedenen Optionen beschäftigt und will das so ein bisschen mit euch teilen. Also was gibt es da, warum sind die problematisch, was kommt für mich in Frage, was kommt nicht in Frage und so weiter. Und warum braucht man das überhaupt oder warum ist es da? Darum soll es heute gehen, Folge 63. Ich freue mich mal wieder eine Folge aufzunehmen. Und let's go. Also es geht im Prinzip darum, das haben mir ganz viele auch schon gesagt, vor allem so andere Gründer, die schon ein Stück weiter sind als ich, Investoren und so weiter, haben mir schon öfter mal gesagt, dass man als Gründer zu irgendeinem Zeitpunkt mal sich einfach entsprechend was auszahlen muss, dass man auf so eine Million oder zwei Millionen privates Vermögen kommt. Ich bin davon noch weit entfernt. Also um solche Zahlen geht es bei mir nicht. Aber das wurde mir gesagt. Warum? Weil man, wenn man privat solche Beträge hat, man fühlt sich sicher, man kann alles machen, was man machen will. Sagen wir mal ein Häuschen kaufen und so weiter. Das sind so die großen Kapital, der große Kapitalbedarf, den man privat braucht. Ist dann meistens, wenn man eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, von mir ist noch ein Auto, die zwei Dinge eigentlich. Und dann ist man safe und dann geht dieser Drang weg, dass man verkauft oder dieser finanzielle private Druck geht dann weg und dann kann man die Firma entsprechend anders lenken oder zumindest nimmt man diese Bürde weg. Das habe ich oft gehört, dass man da als Gründer irgendwann hinkommen sollte. Und dass Investoren in späteren Runden, also natürlich nicht Seed oder Series A und sowas, aber später auch das möchten und das unterstützen, dass dann der Gründer halt oder die Gründer einen gewissen Teil mal auf die Seite nehmen oder sich auszahlen oder in welcher Form auch immer. Okay, also so viel mal dazu. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt, also diese ganze Reise, die geht jetzt bei mir vier Jahre, fünf Jahre, sowas. Und mittlerweile, ich habe zwei Kinder und die Wohnung hier ist viel zu klein. Ich denke auch schon länger darüber nach, ob wir nicht entweder umziehen oder auch ein Haus kaufen oder mieten, wie auch immer. Der Markt ist absolut Katastrophe. Also wenn wir jetzt umziehen würden in eine größere Wohnung, würden wir so abnormal viel Geld jeden Monat zahlen, dass ich eben auch über ein Haus kaufen nachdenke. Okay, ist in Hamburg oder um Hamburg auch nicht sonderlich günstig. Also da reden wir auf jeden Fall von was siebenstelligem. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das, wie könnte ich das überhaupt machen? Kredite als Gründer bekommen, als Unternehmer ist nicht so easy, wie wenn man angestellt ist. Das muss man auch sagen. Und ich habe auch ein Problem damit, so viele Schulden aufzunehmen oder mich 30, 40 Jahre lang zu verschulden oder sowas. Generell. Es ist alles irgendwie machbar, aber es hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Und da habe ich eben mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und wie, wenn man eine Firma aufgebaut hat, die, sagen wir mal, Millionen Umsätze macht, die von mir aus Millionen wert ist. Also man hat ein Asset geschaffen, das was wert ist. Wie kann man dann als Gründer den Return bekommen? Weil Gehalt zahlt man sich nicht viel aus, nur was absolut notwendig ist. Es soll in der Firma bleiben, es soll da weiterarbeiten. Man steckt jede Minute und jeden Euro in das Unternehmen, dass es weiter wächst, dass es größer wird, dass es vorwärts kommt. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, ja, wie ist es dann? Wie nimmt man sich denn da so ein bisschen was raus? Und vier Szenarien sind da so zumindest mir bekannt oder glaube ich generell was, was man dann eher macht. Das eine ist der Verkauf. Eins ist ein IPO, eins ist ein Teilverkauf und das andere sind Dividenden. Ich will mal kurz auf die verschiedenen Dinge eingehen, ob die für mich in Frage kommen oder nicht und wie man da so ein bisschen drangeht. Das eine ist der Verkauf. Ich glaube, das ist das offensichtlichste und ganz viele Startup-Gründer, glaube ich, haben auch das als Ziel. Vor allem mit Venture Capital, da gibt es so diesen Exit-Case. Ich war jetzt letztens hier auf einer Veranstaltung für so einen Gründerfonds, sage ich mal, also wo eben in Startups investiert wird. Oder ein Venture-Fonds eher, war so eine Veranstaltung. Und da, die haben auch ganz klar gesagt, sie investieren nur in Startups mit Exit-Case sozusagen. Das ist die eine Art, wie dieser Fonds eigene Returns macht. Es gibt keine anderen. An Dividenden sind sie nicht interessiert, an Bootstrapping sind sie nicht interessiert. Es geht nur um Venture-Case und dann verkaufen. Und das ist, glaube ich, auch die Art, wie die meisten Gründer sich vorstellen, irgendwann, sagen wir mal, ein Vermögen auf dem Konto zu haben, mit dem man dann privat arbeiten kann. Und damit meine ich eben Hauskauf, Autokauf, vielleicht auch ein neues Startup starten oder wie auch immer. Und es ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Aber verkaufen heißt auch, man gibt das ganze Asset ab. Vielleicht will man das auch nicht machen. Vielleicht ist das das eine Ding und man ist nicht unbedingt ein Serial-Founder oder man will das nicht, wie auch immer. Ich, zum Beispiel, will nicht. Ich will nicht verkaufen. Ich finde es ein bisschen zu heavy oder zumindest aktuell. Habe es nicht vor, habe es nicht geplant. Ja, gibt es aber. Ist so die eine Art. Ich glaube, bei Venture-Cases und so weiter, man kann es machen, aber dann, die Gründer haben ja auch nicht 100% der Firma. Sondern da geht auch dann viel eben an die Investoren und wahrscheinlich Co-Founder und Liquidation-Preferences und bla, bla, bla. Also bei vielen dieser Exits bekommen die Gründer dann auch entsprechend wenig. Und dann gibt es Earn-Out-Phasen und je nachdem, wer kauft, bist du dann dort noch angestellt und so. Vieles davon trifft jetzt auf mich persönlich nicht zu, aber ich wollte es erwähnt haben, weil viele von euch natürlich auch Startups haben und da vielleicht auch Investoren haben. Also, das ist der eine Case und der ist zwar valide, aber das bedeutet auch, man beendet das Chapter so ein bisschen. Das ist ein bisschen des Gründens und Leitens dieser Firma und das, also ich möchte es an sich nicht. Und ich finde es auch ein bisschen, also es wäre nicht meine erste Wahl, ich sage es mal so und vor allem nicht dafür, um jetzt ein Haus zu kaufen oder sowas. Weil es ist so eine absolute Entscheidung und das muss man auch sagen. Dieser Kapitalbedarf, also wenn man mal so die Timeline betrachtet, das Unternehmen wächst, macht mehr und mehr Umsatz, im Idealfall vielleicht auch mehr und mehr Profit. Das ist jetzt was, was man klein hält am Anfang, weil man alles reinvestiert und so. Aber diesen Kapitalbedarf, diesen privaten, den hast du einmal und danach nicht mehr. Also, du kaufst dann einmal ein Haus, also das nehme ich jetzt als Beispiel die ganze Zeit, aber wenn du lieber eine Blockhütte kaufst im Wald oder was auch immer, dann ist es halt das. Aber ich rede jetzt von einem privaten Kapitalbedarf, wo man überlegt, dass man eben was macht und sagen wir mal, dieser Kapitalbedarf ist siebenstellig. Den hat man üblicherweise nicht so häufig, den hast du einmal, dass man ein Haus kaufen will. Aber die Firma abgeben ist dann halt quasi für immer, wenn man sie verkauft. Also das ist dann weg, das ist abgeschlossen. Aber das Problem ist halt, sich auszuzahlen über das Gehalt oder Dividenden oder sonst irgendwas. Ja, das muss halt über eine Zeit passieren. Und du musst es mehr oder weniger ansparen. Du musst die Firma darauf hinlenken, damit es geht. Aber da komme ich gleich noch dazu bei den Dividenden. Aber der Verkauf, der würde das zum Beispiel matchen. Man verkauft, man kriegt einmal viel Geld zurück. Und dann kann ich das tun, wofür ich privates Kapital brauche. Häuschen kaufe in dem Fall. Das zweite ist, die zweite Möglichkeit ist natürlich eine, die für mich, wo ich sowas von weit weg bin. Aber vielleicht sind einige von euch da näher dran. Das ist der IPO, also der Börsengang. Ja, es gibt sehr viele Firmen, die überhaupt nicht an die Börse gehen. Ich selber bin, wenn auch immer im Rahmen von Parkett natürlich, oft am Überlegen und am einfach, ja, Nachdenken, was so die Motivation ist für einen Börsengang. Und meistens ist es halt der Kapitalaufnahme, aber auch der Cash-in für Bestandsinvestoren oder Gründer, wie auch immer die Shares haben, die da anfangen können zu verkaufen und sich eben auch ein bisschen selbst was rausziehen können. Das ist ganz häufig so bei den, sagen wir mal, Firmen, die aktuell einen IPO machen. Manche nehmen das eher als Kapitalbedarf, um zu sagen, hey, wir haben noch die und die Wachstumspläne und dieses Kapital wird dafür eingesetzt. Aber bei ganz vielen Startups vor allem, ja, also Startups, Tech-Firmen und so weiter, ist das eher der Cash-in, der Exit für die Bestandsinvestoren. Nichtsdestotrotz, manche performen sehr gut danach, andere wiederum nicht. Und ich würde sagen, von denen, die aktuell so an die Börse gehen, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, da gab es wenige IPOs, wo ich persönlich sagen würde, ich wäre gern beim IPO dabei gewesen. Bei den meisten habe ich das Gefühl, habe keine Statistik dazu. Es ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen. Also ist der Wert eher sehr weit nach unten gekracht. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ganz viele gesunde Firmen gar nicht, überhaupt keine IPO wählen, ja, sondern die bauen, ich sag mal, ein Familienunternehmen auf, in Anführungszeichen, und machen das profitabel und halten das einfach sehr lang. Und das finde ich generell sehr viel spannender. Es gibt aber noch einen anderen Case, den IPO-Case lasse ich mal weg, weil der, würde ich behaupten, für die meisten Hörer hier und nicht sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Das ist eine Vorstellung, die schön wäre, mal hinzukommen, aber FYI, kleiner Side-Fact am Rande. Ich habe mal überlegt, so, wenn ich ein Unternehmen an die Börse bringen will, was ist denn so das kleinste Unternehmen, was man an die Börse bringen kann oder will? Und die Paket-User haben da so ein bisschen Research gemacht, weil wir uns im Livestream darüber unterhalten haben. Und es ist wohl so, wenn man 30 Millionen, oder es gibt börsennotierte Unternehmen, die nur, in Anführungszeichen, 30 Millionen Umsatz im Jahr machen. Also, wenn man da hinkommt, dann scheint es realistisch zu sein, von den ganzen Kosten und der Komplexität drumherum das zu tun. Also, es scheint möglich zu sein. Der dritte Case ist der Partial Sale, also ein Teilverkauf, dass man quasi sagt, man nimmt einen strategischen Investor dazu oder irgendwem, der mir als Gründer was abkauft. Der Investor sagt natürlich, hier ist Geld, benutzt das für den und den Case. Und das andere ist, ja, die Firma sieht so und so aus und das haben wir vor und ich verkaufe meine Anteile an einen anderen Teilhaber, der einfach vom Wachstum und von dem Profit der Firma in Zukunft profitieren will. Beides gibt es. Ich persönlich halte es für relativ unwahrscheinlich, außer man ist eine super krasse Cash Cow, dass man sagen kann, jemand kauft es, kauft die Anteile dem Gründer quasi ab, einfach nur so, um das zu machen. Die meisten, würde ich sagen, in Cases wie Parkett oder wahrscheinlich auch in euren Cases, wo noch starkes Wachstum da ist, wenig Gewinn. Es wird nicht auf Gewinn geguckt, sondern rein aufs Wachstum. Da sind die, da werden solche Leute investiert an einem Investment. Also, dass das Kapital nicht für mein Haus eingesetzt wird, privat, sondern für das Wachstum der Firma und die nächsten Projekte und so weiter. Das heißt, ja, also, da gäbe es Dinge. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, mit Partial Sales und so weiter. Ich habe mal so einfach, ich sage mal, den Gedanken entertaint, ein bisschen überlegt, wäre sowas interessant und so weiter. Aber im Endeffekt hast du dann einfach jemand on board und je nachdem, wie viel du verkaufst, 20, 30 Prozent, 40 Prozent, keine Ahnung, dann ist es natürlich plötzlich ein ganz anderes Game. Also, dann hast du einfach jemanden, der mitredet und je nachdem, wer diese Person ist, wie diese Person ist, ist auch schwer zu sagen vorher, wird sich über die Jahre zeigen, macht es danach mehr Spaß oder weniger. Ich kenne Gründer, die Partial Sales gemacht haben, da reden wir meistens von 51 Prozent oder 49 Prozent, was verkauft wurde. Im Speziellen ein Bekannter, der konnte achtstellige Beträge sichern für sich selbst, privat, indem er 49 Prozent verkauft hat, waren das, glaube ich. Also, damit konnte er privat alles machen, sozusagen. Er muss dafür jetzt sehr viel arbeiten, hat natürlich Druck, da gibt es Ziele zu erreichen und alles drum und dran. Aber ich sage mal, kapitalmäßig, Family is safe, die wichtigsten Sachen sind erledigt. Also, es gibt nicht so, der private Kapitalbedarf, da kommt nicht viel mehr dazu, außer man entwickelt sehr extravagante Hobbys, wie Yachten und Privatjets und was auch immer. Aber ich gehe jetzt erstmal von einem gehobenen Familienleben aus. Ich habe ein schönes Häuschen und finanziell ist die Familie in Sicherheit, ich sage es mal so. Also, deswegen auch was, was ich vermeiden würde, wenn ich es kann. Nicht unbedingt, was ich machen will. Das Attraktivste, aber auch das Schwerste ist meiner Meinung nach die Dividende. Also, dass man sich als Gründer die Profite auszahlt aus der Firma, zumindest einen Teil davon und so den privaten Kapitalbedarf deckt. Das Problem ist aber, eine junge Firma, ein junges Startup, das wächst, da hält man eigentlich die Marge relativ niedrig. Man hält den Gewinn niedrig, man reinvestiert alles in Wachstum und so weiter. Und dementsprechend war ich mir auch unsicher. Also, wie groß muss denn die Firma sein? Wie viel Kapital muss denn da reinkommen einfach? Und ich habe dann so gedacht, okay, guck mal, wenn ich mir das privat auszahle, wie bei den anderen auch, geht üblicherweise 50% weg. Also, machen wir jetzt einfach mal pauschal. Die Hälfte kommt bei mir an. Das bedeutet, wenn ich ein Haus für eine Million kaufen wollte, müsste ich 2 Millionen auszahlen. 2 Millionen, wie lange wartest du? Wenn du es schaffst, 500k Gewinn pro Jahr zu machen, musst du 4 Jahre warten, 4 Jahre aufsparen, bis das dann geht. Natürlich kannst du da noch mit Krediten arbeiten, kannst du halbe-halbe machen, was auch immer. Das ist völlig klar. Aber jetzt mal generell, wenn du alles so machen wolltest und das Cash kaufen willst, das Haus, was auch natürlich heavy ist, krass ist, dann dauert das in so einem Szenario 4 Jahre. Ich will noch mal kurz was sagen zu Fremdkapital versus ich zahle das selber mit dem Haus. Mir ist klar, dass da sehr viele Diskussionen entstehen können diesbezüglich. Ich bin kein Immobilienexperte. Ich kann nur sagen, ich will mich nicht wohl mit einem Haufen Schulden. und ich würde mich sehr viel wohler fühlen. Oder ein Szenario, in dem ich das akzeptieren kann oder besser akzeptieren kann, ist, nur mal als Beispiel, ich wüsste die Firma oder ich oder wer auch immer, irgendwo liegen, eine Million Euro und dann gehe ich zur Bank und sage, jetzt leid mir mal eine Million Euro und dann investiere ich das Geld halt oder sowas. Aber ich weiß, ich habe es. Es steht dieser Schuld auch Assets gegenüber, die das wert sind und nicht einfach, ich habe das nicht und verkaufe das. Ich weiß, dass das aber der normale Case ist, wie man Immobilien aufnimmt. Ich will euch nur sagen, wie ich persönlich mich so ein bisschen fühle. Ist das eine Traumvorstellung, die nicht realistisch ist? Maybe, vielleicht. Aber so ist es einfach. Wie auch immer, zurück zu den Dividenden. Und ich gucke da so ein bisschen drauf und denke mir so, ja, okay, 500.000 Euro Gewinn pro Jahr, das ist schon, das ist ein Haufen und ein weiter Weg. Wie groß muss die Marge sein? Welche Marge ist realistisch? Wie kommt man da so ein bisschen hin? Und so. Und habe mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigt, überhaupt eine Marge aufzubauen. Und dann sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen, dass ich gedacht habe, eine Marge zu haben, in der einfach Cash in der Firma liegt. Ein bisschen. Also ich rede ja nicht von, dass da drei Jahre Umsatz liegen müssen oder sowas. Sondern ich rede einfach davon, wenn da ein gewisser Cashbetrag liegt, dann ist es auch viel, viel einfacher, mal in neue Projekte zu investieren. Weil das ist zum Beispiel was, was heute nicht geht. Wenn ich sage, ich will jetzt expandieren in ein anderes Land oder in eine neue Produktlinie, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, neues Produkt. Oder irgendwas, was mehr Upfront-Cost benötigt. Sagen wir, ein B2B-Produkt, das erst einen gewissen Reifegrad erreicht haben muss, bevor man es überhaupt verkaufen kann. Und dann muss man erst sechs Monate entwickeln oder ein Jahr entwickeln oder was auch immer. All das könnte ich selber gar nicht stemmen. Ich könnte also weder, dass ich privat das Geld aufbringe, noch dass die Firma das Geld aufbringt. Und das ist auch ein Szenario, was kommen wird und wo es natürlich cool ist, wenn man das selber stemmen kann, in welcher Form auch immer, und nicht auf einen externen Investor oder Kredite oder sonst irgendwas angewiesen ist. Also eine Firma mit Marge, wo sich ein gewisses Cashpolster aufbaut, wo entsprechender Cashflow ist, der auch überbleibt, hat natürlich viel, viel mehr Optionen, Kapitalbedarf nicht nur des Gründers, sondern auch des Unternehmens selbst zu decken. Im Endeffekt, wenn man es einfach salopp sagen will, geht es darum, Geld zu sparen. Auch wenn man die ganze Zeit Wachstumschancen hat, aber dass man sich mal ein bisschen was anspart als Firma, um auch größere Investitionen tätigen zu können. Und deshalb habe ich mich die letzten Wochen, Monate sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Wie erhöhe ich denn die Marge? Wie man die Marge erhöht, ist relativ klar. Umsatzsteigern, Kosten niedrig halten oder Kosten senken bei gleichem Umsatz, whatever. Das ist relativ klar, aber ich habe mich viel mit dem Thema innerhalb der Firma beschäftigt. Okay, Kostenkontrolle, wie kriege ich ein bisschen die Kosten vielleicht sogar gesenkt, vor allem Infrastrukturkosten. Wer mir auf Twitter folgt, hat das vielleicht gesehen. Ich habe da einige Kosten mit dem Team zusammen gesenkt an Infrastruktur, an SaaS-Providern und so. Auf der anderen Seite Mitarbeiterwachstum einfach gedeckelt und den Umsatz pro Mitarbeiter und auch den Gewinn pro Mitarbeiter mehr in den Fokus gestellt. Also für mich jetzt nicht als Metrik im Team, sondern für mich als Gründer und Geschäftsführer, dass ich da drauf mehr schaue, weil die Zahlen waren jetzt bei mir zumindest nicht die besten oder nicht mega toll. Und da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial und was rauszuholen. und habe mir jetzt selbst einfach mal eine Zielmarge gesetzt, wo ich sage, so, diese Marge, das wäre nice, wenn wir die erreichen und dann auch halten und das Wachstum von da an antreiben. Und ja, mal gucken, wie wir da rauskommen. Ich bin noch lange, also Gewinn, mein Steuerberater ist ein bisschen hinterher, deswegen, ich weiß nicht mal, wie viel Gewinn ich letztes Jahr gemacht habe, also das weiß ich noch nicht, aber das ist noch weit, weit entfernt davon. Wir sind natürlich profitabel, wir machen einen leichten Gewinn, aber bisher haben wir den halt niedrig gehalten und immer alles reinvestiert. Und sobald wir das Geld hatten, haben wir Daten eingekauft oder neue Mitarbeiter eingestellt oder sowas in der Art. Und jetzt langsam wird es für mich Zeit, zumindest einen kleinen Puffer zu machen, aus mehreren Gründen. Das eine ist natürlich, dass es die Möglichkeit gibt, für mich als Gründer einen Return auch mal zu ziehen, ja, wie viel das ist oder whatever, das steht auf einem anderen Blatt, aber vor allem auch, um Investitionen als Firma zu tätigen. Also einfach, dass die Firma mehr Kapitalpower hat, einen Cashpolster hat, mit dem was anzufangen ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, egal in welchem Szenario, aber vor allem ist das für mich als Bootstrapper und jemand, der die Firma eigentlich behalten will und da weitermachen will und einfach noch viel vorhat damit, glaube ich, auch das beste Szenario. Der Nachteil ist, ich kann mir ein Haus in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall abschmecken. Ja, das ist, oder eine eigene Immobilie, wie auch immer, das erfordert Zeit und es dauert auch ein bisschen länger, ja, umzusetzen und dann auch zu machen. Vielleicht gibt es hier und da in der Zwischenzeit dann eine andere Option oder es tut sich was auf oder was weiß ich, aber ich denke trotzdem, dass es eine gute Art ist, oder ein guter Weg ist, zu gehen mit Parkett, egal ob das dann dafür verwendet wird oder nicht oder ob dieses persönliche Ziel dann erreicht wird oder nicht, für Parkett, für die eigene Firma ist es auf jeden Fall nützlich, eine entsprechende Marge über die Zeit dann aufzubauen, zu halten und damit zu arbeiten. Man ist einfach flexibler und wenn es auch mal harte Zeiten gibt, dann wird erstmal die Marge reduziert und man ist nicht sofort irgendwie im Negativ oder macht Verlust oder sonst irgendwas. Man hat einfach einen Puffer und dieses Sicherheitsgefühl als Firma, als Bootstrapper, das ist was, was mir persönlich sowieso super wichtig ist. Dieser Cashburn, mit dem Startups mit VC Cash arbeiten und so weiter, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber ich weiß definitiv, dass es so ein absoluter Druck in meinem Rücken wäre. Also ich bin froh, dass ich das nicht habe und wenn ich es auch noch im Gegenteil habe, wenn ich auch noch ein bisschen Puffer habe, dann würde ich mich definitiv sehr viel wohler fühlen. Also da habe ich einfach ein größeres Sicherheitsbedürfnis als meine Gründerkollegen, die mit Investitionen arbeiten und einfach in Cashburn rechnen. Ja, wir haben 500k im Monat Cashburn oder was auch immer. Das abartig. Also wird mir sehr, sehr schwer fallen. Genau, das sind so die Gedanken, die ich dazu hatte. Also Founder Return an sich, man muss natürlich sagen, darauf will ich auch eingehen, Founder Return ist ja natürlich nicht nur negativ. Also die letzten vier Jahre habe ich mir zwar relativ wenig ausgezahlt insgesamt oder quasi so viel wie nötig, wie wir brauchen privat, um ein gutes Leben zu haben, aber eine Firma oder ein eigenes Unternehmen ermöglicht einem selbst natürlich also sowieso noch viel mehr. Das ist die Flexibilität im Tagesablauf. Das sind diese Freiheiten, die ich hier auch immer wieder genannt habe. Freiheiten auf verschiedenen Dimensionen. Mit wem arbeite ich? Wann arbeite ich? Von wo arbeite ich? Wie lange arbeite ich? Arbeite ich heute vier Stunden? Arbeite ich heute zwölf Stunden, acht Stunden? Gar nicht? Ist draußen die Sonne geil und ich will mit meinen zwei Kids draußen verbringen? Dann mache ich das und arbeite halt morgen mehr oder es gibt eine neue Idee im Parkett-Universum, die mich begeistert, dann mache ich da ein bisschen. Oder einer aus meinem Team hat eine geile Idee und dann fangen wir die halt sofort an, morgen umzusetzen. Man hat halt einfach viel mehr Flexibilität und es ist etwas, was mein persönliches Leben schon extrem bereichert hat und von allem, was ich weiß, was meine Mitarbeiter betrifft, da auch die Flexibilität, die Parkett bietet und so weiter. Das allein schon ist mega, mega nice. Also das genieße ich schon jeden Tag und seit es Parkett gibt. Es gibt heftigere Phasen, es gibt weniger heftige Phasen, entspanntere Phasen, aber auf jeden Fall macht es die ganze Zeit Spaß. Und genau, dieser monetäre Return sozusagen, der einzige Grund, warum ich aktuell darüber nachdenke, ist, weil ich jetzt zwei Kinder habe und die Familie wächst in Hamburg. Hier ist auch jetzt ein anderes Familienmitglied nach Hamburg gezogen und so weiter. Und ich denke halt darüber nach, da eine kleine Homebase aufzubauen. Also im Prinzip ein Haus zu kaufen oder das wäre der Traum, ein Haus zu kaufen und die Homebase für die Familie zu machen für die nächsten 30, 40 Jahre, whatever. Deswegen denke ich darüber nach und es braucht halt einen Kapitalbedarf. Und ja, so bin ich auf dieses ganze Thema gekommen. Mich interessiert extrem, wie ihr das macht. Also wenn ihr in der Minimal Empires Community seid, dann schreibt mir gerne. Ich finde das ein super spannendes Thema und ganz viele Gründer haben da unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie das tun. Ich kenne Gründer, die haben sich einen Kredit aus der Firma gegeben, um sowas zu finanzieren. Ich kenne Gründer, die haben Teilverkäufe gemacht. Ich kenne Gründer, die haben komplette Exits gemacht. Andere machen es gar nicht. Wieder andere mieten und sagen, ich miete einfach ein Haus. Das habe ich auch schon geguckt, aber der Markt ist, wie gesagt, nicht gerade toller. Es gibt da einfach nicht viel Angebot. Ja, wie macht ihr das? Wenn ihr es auf YouTube guckt, haut es auch gerne in die Kommentare. Ich bin da über jede Inspiration dankbar. Und finde, Founder Return ist so ein Thema. Ja, die meisten Gründer sprechen wahrscheinlich nicht gern oder nicht öffentlich drüber, weil es halt immer dieses Geldthema ist. Aber wir sind ja hier unter uns als Gründer und es ist einfach ein Thema, das früher oder später bei jedem auf dem Zettel liegt. Und ich kann das jetzt zumindest sehr, sehr gut nachvollziehen von diesen wirklich zahlreichen Gründern und Investoren, die mir gesagt haben, man sollte irgendwann die Möglichkeit haben, da siebenstellig mal rauszuziehen, dass man diesen privaten Kapitalbedarf gedeckt hat und die Firma ohne solche Gedanken weiterführen kann. Also, dass man eben nicht denkt, oh Mann, ich müsste jetzt, ein Verkauf wäre nice oder vielleicht wert ist, sondern man kann sich voll darauf konzentrieren, das Ding weiterzubringen. Das kann ich schon sehr, sehr gut jetzt nachvollziehen und mal gucken, wie es damit weitergeht. Ich habe auf jeden Fall eine weite Reise vor mir. Für mich ist ein Verkauf, IPO, Partial Sale auf jeden Fall vom Tisch. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Der Hauskauf ist auch vom Tisch. Es ist alles vom Tisch quasi. Und ich konzentriere mich aktuell nur drauf, Parkett wachsen zu lassen, die Kosten unter Kontrolle zu halten und damit die Marge ein bisschen zu steigern, Cashpuffer aufzubauen, der dann für Founder Return und oder Investitionen von Parkett genutzt werden kann. Und das Coole ist ja, wenn man die Marge aufbaut und als Gründer mal den privaten Kapitalbedarf gedeckt hat, dann ist die Marge ja immer noch da. Und dann hat man 10 Jahre vor sich, wo man Cash hat als Firma, dass man in tolle Projekte investieren kann. Das ist natürlich ein Gedanke, der mich extrem freut. Von dem her, ja oder was heißt freut, der mich extrem motiviert, da hinzukommen, eine gewisse Marge aufzubauen. Also von dem her, das sind so die Gedanken dazu. Teilt mit mir, was ihr denkt. Twitter, YouTube oder Minimal Empires Community und ich hoffe, dass ich wieder ein paar mehr Folgen aufnehmen kann. Es wird langsam ruhiger jetzt hier. Also privat, wir sind langsam eingegroovt, der mit dem zweiten Kind und damit hoffe ich, dass ich wieder mehr Aufnahmen machen kann. Wenn es gewisse Themen gibt, die euch interessieren, ihr wisst, wo ihr mich findet. Twitter, Minimal Empires Community, YouTube Kommentare, haut es gerne raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.